Sie brauchen einen Rollator, aber irgendwie sehen die alle gleich aus. Sie wollen etwas Schickes und Sicheres. Der Carbon-Rollator von Salyol besticht neben zahlreichen Vorteilen durch ein edles und hochwertiges Design im Stil der 50er Jahre. Er ist in drei stylischen Farben und in Sitz Höhen 62 und 54 cm erhältlich. Durch das hochwertige Carbon-Material ist er dazu auch noch besonders leicht, bei nur 5,8 kg. Die Griffe sind bis zu einer Stützhöhe von 103 cm einstellbar. Dadurch ist der Carbon-Rollator auch für sehr große Personen geeignet. Die Quark-Handgriffe geben einen angenehmen Halt und schützen vor Abrutschen. Eine stylische Tasche aus veganem Leder rundet das Design ab. Sie hat einen Magnetverschluss für leichtes Öffnen und Schließen. Durch das helle Innenfutter werden Wertsachen leichter gefunden. Die Tasche lässt sie sehr einfach abnehmen und wieder am Rollator befestigen. Sicherheit wird bei uns großgeschrieben. Deshalb haben wir auch zahlreiche Reflektoren an unserem Rollator angebracht. So sind sie auch im Dunkeln immer gut sichtbar. Die weiche Gummibereifung absorbiert Stöße, damit Sie problemlos über Kopfsteinpflaster und Kies fahren können. Wenn Sie bergab fahren, erhöht sich die Rollgeschwindigkeit und der Rollator fährt davon. Durch die Schleifbremse bestimmen Sie selbst den Rollwiderstand und kommen so sicher jeden Berg hinunter. Der Carbon-Rollator von Salyol hat außerdem eine ganze Bandbreite an nützlichem Zubehör. Die Klinge ist leicht zu montieren und Sie sind sicher für den Straßenverkehr gerüstet. Die LED-Lampe können Sie vorne und hinten an der Tasche einhängen und sind so auch im Dunklen immer gut sichtbar. Mit dem Regenschirm hält Sie selbst schlechtes Wetter nicht auf. Einfach aufspannen und los geht's. Mit dem festen Sitz sitzen Sie immer aufrecht und bequem. Der verstellbare Rückengurt verhindert, dass Sie nach hinten umkippen. Durch das Tablett lassen sich ganz einfach Dinge von A nach B transportieren. Sie verwenden Krücken? Kein Problem, montieren Sie sich einfach einen zweiten Stockhalter an Ihren Rollator. Den Stockhalter gibt es auch als magnetische Variante. Die stylische Tasche gibt es wahlweise auch in schwarz. Mehr Infos dazu finden Sie auf www.salyol.de Salyol. Spaß am Leben. Joy of Life.